Digitalisierung hat eine große Auswirkung auf Bildung. Digitalisierung ist Teil unserer Lebensrealität, ist Teil unseres alltäglichen Seins und soll und darf auch Teil von Bildung sein. Die Frage ist dann eben, wie wir digitale Tools und Kontexte nutzen, um Bildung qualitativ auch zu verbessern. Und dafür gibt es großartige Ansätze, zum Beispiel im Open Educational Resource, in denen wir die Möglichkeit haben, Bildungssettings aufzusetzen, Lerninhalte so aufzubereiten, dass sie differenziert für heterogene Gruppen ganz individuell aufbereitet werden können. Das kann eine große Chance sein, die im letzten Ende dann auch dem Sustainable Development Goal entgegenkommt, das sagt, dass wir gute Bildung für alle Menschen auf der Welt generieren wollen. Das heißt, wir können über diese digitalen Wege dann Wissen vermitteln und bilden, wenn wir eben die Inhalte individuell so aufbereiten und verfügbar machen, vor allem auch im Netz. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir, indem wir digital lernen und lehren, eben große Möglichkeiten haben, uns dort überhaupt erst mal zurechtzufinden in dieser digitalen Welt, in diesem Internet und dort autark und reflektiert und selbstbestimmt handeln zu können. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist immer das Erleben der eigenen Wirksamkeit und zielt darauf ab, dieses wahrzunehmen und aber auch selbst zu reflektieren und ins Handeln zu führen. Das bedeutet, dass wir das zum einen sozusagen haben, wenn wir unsere eigene Wirksamkeit erleben im ganz direkten Kontext, in unserer eigentlichen normalen Umgebung, aber eben auch darüber ins Nachdenken kommen, wie wir auf die Welt wirken. Und an dieser Stelle bildet Digitalisierung eine ganz große Chance, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, uns über Ländergrenzen hinweg zu vernetzen und wichtige Fragen, für uns wichtige Fragen, aber auch fachliche Fragen oder politische Fragen, kulturelle Fragen miteinander zu besprechen, über Grenzen hinweg, in Echtzeit, in den Diskurs gehen, aber vielleicht auch in die Lösungsentwicklung und so weiter. Und darum ist es eben schön, wenn wir über Bildung für nachhaltige Entwicklung denken, dass wir jetzt diese digitalen Tools auch nutzen können, nicht nur für den Austausch wie beschrieben, sondern eben auch dafür, dass wir uns gemeinsam für Sachen stark machen können. Wir können gemeinsam Anliegen artikulieren, auf digitalem Wege eben eine eigene Wirksamkeit entfachen in der Welt. Und genau das will ja Bildung für nachhaltige Entwicklung. Neben digitalen Lernformen brauchen wir immer auch analoge Settings. Oder besser gesagt, wir brauchen zusätzlich zu analogen Settings können wir immer auch digitale Lernformen gebrauchen. Das heißt, sie können eine super Ergänzung sein. Es ist total toll, was wir da an qualitativer, an qualitativen Zugewinn sozusagen haben können zu unseren analogen Lernen. Aber in analogen, echten Räumen mit echten Menschen, da lernen echte Menschen auch nur echte Menschen zu sein. Das bedeutet, dass wir dort uns als Individuen gesehen fühlen können, miteinander interagieren können und eben in einem ganzheitlichen Sinne lernen. Das heißt, mit allen Sinnen und in Kommunikationen, die nicht nur über die Tastatur oder über einen Bildschirm laufen, sondern in echten zwischenmenschlichen Kommunikationen, die dann irgendwie halt auch mit Gestik und Mimik und so weiter befördert und transportiert werden. Wenn wir ganz zeitlich lernen wollen, dann ist es eben total wichtig, dass wir diese Lernerfahrung auch machen können und dass sie den Hauptteil unseres Lernens ausmachen. Insgesamt kann man sagen, dass analoges Lernen und digitales Lernen immer miteinander Hand in Hand gehen sollten.